Moin zusammen, wir sind jetzt wieder der Michi und der Harm und heute spielen wir wieder LF15. Moin zusammen. Ja, ich bin immer noch am Röhrer. Ich bin im Moment im Raps. Ich hoffe, dass der Drescher jetzt endlich mal durchläuft. Das Feld hier scheint ziemlich uneben zu sein. Ja, sonst müssen wir doch planieren, nix nix. Ich glaube, ich mache ja aber gleich mal Autotraktor an und gehe dann auf den nächsten Hochsatz. Da hast du keine Flinte dabei, oder? Warte. Oder willst du mit Steinchen schmeißen? Nee, ich hätte dann schon mal ein neues Visier ausprobieren können. Hast du es dir geholt? Ja, haben du es ja. Auch schon ausprobiert? Also ich bin davon begeistert. Ja, ich habe da ja Gänse mit geschossen und ich weiß nicht. Ich habe das jetzt allerdings dann immer herangesucht. Vielleicht wäre das besser, wenn du die Gänse dann mitschießt, ohne das zu vergrößern. Nee, ranzoomen auf keinen Fall. Das kannst du machen, wenn du den hinterher schießen willst, ja. Also hast du das Video ja gesehen, also ich finde es gut. Ich probiere das nochmal aus bei Cannickel. Cannickel kommt das sicher gut. Ja, das kannst du nicht nur für Flinten laufen, kannst du auch für Hilfe, auch für Bugshot, also für Rehposten. Und die fliegen auch nicht so gut. Richtig. Das Enden will ich nur ausprobieren. So, den stellen, die Hänger stelle ich jetzt hier mal hin. Jetzt habe ich hier allerdings ein Frontgewicht dabei. Scheiße, wo lasse ich den dann jetzt? Muss ich da wegbringen. Ach guck mal, hier habe ich da kein Vorbild in den Händen. Was sind eigentlich diese Dinger hier? Diese Rohre und mit diesen gelben, mit dieser orangenen Stange, kann man da Wasser holen? Du meinst diese Raketensilos oder was? Ja, genau. Ich denke mal, dass das ein Brunnen ist oder was? Aha. Die sind ja fast... Oh, Hilfe. Die sind ja fast auf jedem Feld vertreten. Ich fasse jetzt nicht, ob das ist. Oh, hier hocks wieder. Ich spiele hier LS15 und kein Boxspiel. Ja, also... Diese Insel hier, auch Feld 5, die müssen wir, glaube ich, mal wegflügen. Also einen Flug haben wir ja, können wir ja wegflügen. Ja, ich weiß nicht, geht das hier, ne? Äh, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht... Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass diese flachen Bohnen sind. Also ich glaube, das kann man ja hier Feld...felder... äh, wie heißt das, ne, Felder verbinden oder wie? Hm. Aber den haben wir den olden Brunnen da, wenn das ein Brunnen ist da, mit dem Feld. Oh, den kriegen wir dann auch noch irgendwie weg. Ey, ich kenne mich mit dem Editor nicht aus. Oh, den sprengen wir. Muss auch, wo ist ein bisschen Dynamit, wenn dann... Oh ja! Oh! Oh! Das hat die... Wie weit bist du jetzt mit deinem Feld da? Es geht aufs Ende zu. Ich glaube, hier gerade rund um die Insel zu. Ja, ich sehe es gerade, in der Kartenbericht. Aber viel ist es hier nicht mehr. Dann kannst du ja bei Feld 18 gleich weitermachen. Ah! Oh, da wollen wir mal tauschen dann. Ja, würde ich auch mal sagen, easy. Hehehe. Hehehe. Denn Jacki, die erstmal mit dem Dünger-Dings kann ich die dann auch rüberfahren. Oder das, genau. Richtig. Muss auch noch gedüngt werden. Genau. Da ist rascher was. Irgendwann müssen wir mit Frontlader aufladen, oder können wir das auch... Ah, ne, das können wir auch ja. Ne, können wir nicht, ne? Da, wo wir die Saatgut laden können, können wir da auch. Äh, weiß ich gar nicht. Dann da auch die Düngersäcke? Ich weiß nicht. Ne, da brauchst du ja dieses blaue Dings da. Ja gut, einen Frontlader haben wir ja. Den New Holland habe ich ja wieder im Stall gestellt. Ja. Gut, gut, gut. Hilfe. So, ich geh da mal was kaufen, wa? Oh ja. Gucken wir mal. Ja, bin ich ja gespannt. Ich kann leider keine Russisch, was heißt das? Russisch? Ach Gottchen. Können wir auch noch eine Farbe aussuchen? Cool. Eine Farbe aussuchen? Nehmen wir Weiß, Grau, Schwarz, Gelb, Rot. Was ist denn originalfarbe? Ja, das ist originalfarbe. Ja, das ist originalfarbe. Ja, das ist originalfarbe. Keine Ahnung. Wollen wir den noch wieder umlackieren? Nee, nee. Nimm die grün? Grün? Nee. Lila? Pink? Äh. Nimm die grün? Ich bin ja für Zahnbelach, Gelb. Ja, haben wir. Ja, soll ich? Ich mach das. Mach mal mal! Der sieht ja mehr aus wie ein Hanomag. Und Hanomag ist, glaub ich, Gelb, ne? Kannst du ein? Zahnbelach oder dieses normale Gelb, dieses Postgelb? Zahnbelachgelb. Das ist ja mehr so Pilchfarben, ne? Das ist aber ziemlich hell. Okay, wir haben wohl Zahn. Oh oh, scheiße. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, da bin ich auch. Wenn er jetzt beim Hattel steht, kommen wir da sowieso von Montcreen ran. Oh, das muss zurücksetzen. Hattel hat ja zu. Zurücksätze nicht zum Hochfliefern lassen, genau. Naja, sieht ja mehr so grau aus. Kann aber auch liegen, dass es jetzt dunkel ist. Wollen wir mal aufsteigen? Wenn du diese Straßen grau war, dann siehst du das Tal noch nicht. Was ein Monster. Mein Lieber, so ein Zahn. Und von innen. Apropos Straßen grau, da muss ich die nachher noch was fragen. Das ist mir was eingefallen. Ich habe heute Morgen Nachrichten gesehen. Mhm. Oh. Ich schaue gerade so an. Ich schaue gerade so an. Der Motorsegel. Die Leuchtung ist ein bisschen mager, aber sonst. Oh Gott, verklingt der ja. Der muss wie so eine Raupe klingen, oder wie. Ja. Oder nicht. Ich komme dich mal besuchen. Mach mal. Ach, der hat sogar mit IC-Steuerung, das sehe ich jetzt. Aber hier kann ich ja so weiter von. Äh. Ach so. Du kannst auch die Türen aufmachen. Okay. Du kannst noch was? Oh. Mein. Gott. Ja, ich komme ja gleich. Ja, ich komme ja gleich. Ja, da ist eine vernünftige Hupe. Haha. Was ist eine Hupe? So, wo ist denn der Harm? Da ist der Hammer. Hier, hier, hu hu. Achso, da wo rot ist, muss ich hin. Jetzt bist du... Wolltest du sagen, bist weggesprungen? Nee. Der Pfeil wird dir ausgeblendet. Ja, da bin ich erstmal gesprungen. Erst mal den Aussehen, weil ich mal den... Ich hab' den Zahnbelach gelb. Das ist Vogelschiff geraubt. So, komm rein. Bist der mit Dings? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Warte, ach nee, äh... Dings. Nee, geht nicht, wa? Nee, warte. Äh, I war das, ne? Nee. Ich macht ja die Tür wieder zu. Du kriegst die Tür nicht zu. Warte mal, ich geh mal hinten drauf. Geht das? Du kannst auch rein springen, ich bin grad raus. Oh, warte. Ja. Oh. Es flüchte den ganzen Acker wiederum, also. Hat der Sound? Ich hör' den gar nicht. Sicher hat der Sound. Wieso hörst du den nicht? Nee, ich hab' ich fahr' geräuschlos. Hä? Äh? Nee, echt hier? Oh, Mann. Muss mitlaufen. War einfach einfach. Der strampelt sich rein ab. Ja, muss ich ja, wenn ich... Bleibt der Falli runter. Nee, also... Ah, siehst du jetzt halt gleich nachher, oder? Oh, jetzt. Also, ich hör' den nicht. Also, ich hör' den wohl, ja. Ich fahr' jetzt mal zu meinen. Ja, mein Trecker höre ich. Ich wollte Gott sagen. Aber diesen höre ich jetzt echt nicht. Doch. Ist ja komisch. Ich hör's nur, Windpfeifen. Aber der ist nicht schlecht. Warte mal, oben mal innen an sich. Geh. Ja, Hilfe. Wie? C musst du innen an sich nehmen. Ach. Ach. Ja, und wenn ihr uns wieder fragt, was wir im nächsten Teil machen, dann müsst ihr euch knapp schon ansehen. So, das wird gut. Bis dann. Jo, ciao. Danke.